Soll doch mal der schöne Flügel da! Das muss ja Werbung sein, oder? Das ist keine Werbung, wenn man so einen Fernseher zusetzt. Ich gebe lieber mir. Wenn du noch mal ausschaltest, bohrst du nach. Nein, wenn er läuft, muss ich wahren. Also, wir machen jetzt Samsung Qualitätskontrolle. Warte mal, filmst du schon? Felix! Ja, es läuft mal. Klappe zu. Klappe zu. Wir machen jetzt Samsung Qualitätskontrolle. Ob er so im Fernseher was aushält. Okay. Erster Versuch ist gelungen. Zweiter Versuch. Gas. Jawoll! Warte, wo ist der Schlag hinein? Der Schlag? Schlag. Schlag nix bei dem Widerstand. Das ist der Polen. Das ist der Maschine. Die Platte ist voll. Kannst du den Schlag an? Er braucht den Körigen zu bohren. Wir haben den Schlag an. Schlag rein. Kannst du das Schlag vorbohren? Warte mal, aber nicht gleich kaputt machen. Wir sind im Reparaturservice. Jürgen satt. Jetzt kannst du nicht 380 Volt reinlassen, damit es der Klimate tut. Hau mal her. Da ist der Mitte. Da ist der Keller. Ich mach den Stepp an. Du weißt ja nicht, der Stepp an. Halt der Gas. Qualität ist exzellent. Hervorragend. Keine Chance. Jetzt Bildausfall. Nun nachbohren. Jetzt soll es einen Lach hinbringen. Hammer! 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 Nein, nicht Hammer. Der Hammer hat der Wolf. Du, tu dich nicht überanstrengen überhaupt, ja? Jetzt riechst du den Bohr auf, ja? Die kommen nicht rein in den Bildschirm. Vorsicht mal, da geht nicht der Kaputte. Der treibt den Schlag ein. Hier, total viel zum Schaffen. Hol ein bisschen aus, dann ist die Pizze. Lass eine Sorge, wie du siehst. Jetzt benehm dich das Blech. Von, siehst du scharf? Aha! Jetzt geht's ab. Jetzt rein. Hör mal aufgreifen. Du hast den Schlag in dir bei der Hilti. Hör mal auf. Nein, sicher nicht. Die Hammer ist oben. Was tut er nicht? Was hast du da für eine Hilti? Also, einfach nicht zum Umbringen. Ich koch mir den Philips nächstes Mal. So, jetzt ist er kaputt, schau. Jetzt ist er kaputt. Du hast noch ein Strichchen in der Luft. Es passt jetzt. Wir haben den repariert. Okay. Fertig. Du hast ein Schwer. Also, du hast ein Glasfärin zu sehen. Das ist ein Glasfärin zu sehen. In ein Container. Ja.